Und natürlich immer unsere Diebin vorschicken. Hm. Zum Glück habe ich ein Autosafe hier. Hm. Keine Größe. Nun gut. Ja. Verstanden. So was war das gerade? Falle nicht entschärft, stirbt. Ernsthaft. Ach, das war so eine. Ja, das ist eine Falle, die man nicht entschärfen kann. Leider. Ja. Die man nur auslösen kann. Verstanden. Und der eine hat uns nicht umbringt, weil das eine Matschfalle ist. Ich warte. Ich kann es euch nämlich an einem besseren Beispiel zeigen. Ja. Verstanden. Ja. Soweit ich weiß, die Falle kann man glaube ich nicht entschärfen. Nein. Sie müsste eigentlich recht hohes Fallentschärfen haben, oder? Äh. Wo steht das nochmal? Ja, Fallen finden und entschärfen und Schlösser öffnen. Die beiden Werte sind eigentlich wichtig für sie. Weil 95 sollte sie das normalerweise hinkriegen. Also nein, die Falle kann nicht entschärft werden. Hm, keine große Herausforderung. Ich war nun gut. Jedenfalls nicht mit normalen Mitteln. Ja. Aber Schwerte schwanken und eure Augen lassen euch im Stich und fühlt, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Für einen kurzen Moment spürt ihr nur, wie das Blut in euren Adern pocht. Das Gefühl geht vorbei, doch in euren Augen dauert es eine Ewigkeit. Ruhig bleibt mal kurz stehen. Wie fühlt ihr euch? Für einen Moment habt ihr richtig schlecht ausgesehen. Es ist nichts, wir sind nur etwas schwindelig. Das ist alles, es ist schon wieder vorbei. Ich weiß nicht, habt ihr euch irgendwie krank gefühlt seit dem Zauber? Lass mich in Ruhe, mir geht es gut. Nehmen wir das Mittlere. Ich wurde immer schwächer, denke ich. Aber es hat mich nie so krank gemacht. Gebt einfach auf euch acht. Ja, es ist wirklich merkwürdig, dass ihr krank geworden seid. Okay, gucken wir mal, was hinter dieser Tür ist. Außer noch mehr Türen. Hier ist bis jetzt nichts drin. Ach, dieses Rätsel hier. Hier sind nämlich Gegenstände drin, soweit ich weiß. Ja. Neun an der Zahl. Und sie sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn, elf. Hier sind es elf. Ah, es sind zwölf Gegenstände an der Zahl. So, gucken wir uns die mal an für dieses Rätsel. Sternenmedaillon. Das goldene Medaillon trägt die stilisierte Darstellung eines Sterns. Ein goldener Stirnreif. Ein einfacher Glaskrug, der mit Kristank keinem Wasser gefüllt ist. Das ist eine grob zugehauene Sterne, eine Sonnenuhr, die bequem mit der Randfläche passt. Das Medaillon trägt eine sterilisierte Darstellung einer Sonne, also noch ein Sonnenmedaillon. Ne, ein Sonnenmedaillon. Das ist dann das Mond, oder? Ne, ein Schwertmedaillon. Ein Mini-Breitschwert an einer Kette. Der geknebelte Mann. Eine Titonenfigur, die ein gefesseltes, geknebeltes, umher jedes Wesen darstellt. Ein einfacher, vergoldeter Handspiegel. Dieses Gerät besteht aus zwei Glaskungeln, die durch eine kurze Glasröhre miteinander verbunden sind. Es ist mit Sand gefüllt und dazu die Zeit zu messen. Sanduhren sind in den vergessenen Reichen als Zeitmeister weit verbreitet. Abgetragene Stiefel, ein menschlicher Schädel, unser Diamantbeutel und die Aufzeichnung. Auf der Striffrolle steht folgendes zu lesen. Zur gefährlichen Kenntnisnahme der Insassen. Die wahre Überprüfung der geistigen Unzurechnungsfähigkeit ist die Messung der Präzision des Verstandes. Die Geiden werden bewohnt werden, die Befeinde hingegen werden ohne Hoffnung umherirren. Mhm. So, das heißt, wir müssen die richtigen Sachen in die Schalen legen. In der Nacht komme ich, ohne geholt zu werden. Am Tag gehe ich, ohne gestohlen zu werden. Kein Anfang, kein Ende. Ich bin ein Symbol aller Kreisläufe der Welt. Zwei Brüder, wir sind, tragen Lasten geschwind, den ganzen Tag herbebelastet. Nur eines sage ich, wir sind voll jeden Tag, doch leer wird am Abend gerastet. Mhm. Ja, an diesem Ort verschluckst du mich, doch wär ich mehr, könnte ich dich verschlucken. Ich habe gesehen, wie sich Berge erhoben haben. Ich habe gesehen, wie Nessere fiel. Du wirst sterben, aber ich werde weiterlaufen. Für jene im Verlies bin ich die Freude. Für jene, die meinem Blick vollständig ausgesetzt sind, kann ich die Hölle sein. Ja, das ist die Sonne. Da muss das Sonnenmedall... äh, habe ich gespeichert. Da muss das Sonnenmedallion rein. So. Das war schon mal richtig. Ich wurde dein... ich werde dein Leben retten, aber du kannst durch mich sterben. Ich werde Streitigkeiten schlichten, aber nicht mit Worten. Mhm. Sag meinen Namen und du brichst mich. Das klingt nach dem Spiegel. Ich sage immer die Wahrheit, aber ich kann nicht sprechen. Schau mich an und sieh, was wirklich ist. Das klingt auch nach dem Spiegel. Ich habe zwei Köpfe, aber nur einen Körper. Erst wenn ich stillstehe, laufe ich richtig. Das ist das Stundenglas. So, wir können mal testweise was Falsches irgendwo reinlegen. Versuch mich zu schlagen, doch vergeblich mein Herz. Doch wenn ich dann siege, dann endet dein Schmerz. Was? Da können wir einfach mal irgendwas reinlegen. Das war sicher... Ich nicht richtig. So. Also das habe ich mir und das haben wir. In der Nacht komme ich, ohne gewohnt zu werden. Am Tag gehe ich, ohne gestohlen zu werden. Ja, was könnte das sein? Das wäre eigentlich das Sternenmedailleur in erster Linie. Ja. Kein Anfang, kein Ende. Ich bin ein Symbol aller Kreisläufe der Welt. Das ist wahrscheinlich der Regen. Gut. Zwei Brüder, wir sind, tragen Lasten geschwind, den ganzen Tag herbebelastet. Nur eines, ich sage, wir sind voll jeden Tag, doch leer wird am Abend gerastet. Das sind die Schuhe. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Hier an diesem Ort verschluckst du mich. Doch wäre ich mehr, könnte ich dich verschlucken. Das ist Wasser. Weil das Wasser kann ich trinken, aber wenn es mehr Wasser wäre, würde ich sterben. Ich habe gesehen, wie sich Berge erhoben haben. Ich habe gesehen, wie Nessorim fiel. Du wirst sterben, aber ich werde weiterlaufen. Das ist die Sonnenuhr. Denke ich mal. So. Das war die Sonne. Ich werde dein Leben retten, aber du kannst durch mich sterben. Ich werde streich keinen schlichten, aber nicht mit Worten. Das ist das Schwert. So. Sag meinen Namen und du brichst mich. Ich sage immer die Wahrheit, aber ich kann nicht sprechen. Schau mich an und sieh, was wirklich ist. Sag meinen Namen und du brichst mich. Ja, schweigen. Wenn ich schweigen sage, dann breche ich das Schweigen. Du zeigst mir immer die Wahrheit. Das ist der Spiegel. Versuch mich zu schlagen, doch vergeblich mein Herz. Doch wenn ich dann siege, dann endet dein Schmerz. Das klingt nach dem grinsenden Schädel. Warum auch immer. Genau. Ihr platziert hier am letzten Gegenstand in der Statue die Kiste in der Mitte des Raumes. Gib in deinem lauten Knall auf. In der Kiste befindet sich nur etwas, was vorher noch nicht drin war. Mhm. Ja, wir haben dieses Rätsel gelöst. Haben dadurch einen Saphir gekriegt. Und einen Ionenstein. Kann nicht verwendet werden vom Magier im Baden Dieben. Minus 1 auf die Rüstungsklasse. Zum Glück ist die Schurken noch zusätzlich. Oh, stimmt ja, Jaira. Ionen sollte auch welche haben. Genau. Gut. Nächste Tür. Noch mehr Türen. Und. Hä? Ah, da ist die Tür. Ein Goblin. Ja gut, ein paar Goblins. Ja gut, ein paar Goblins. Hier in den Teppich ist noch etwas eingewickelt. Schneiderkugeln. Pfeile. Warum auch immer beide Stacks angebrochen waren. Ja. Was ist das für ein Speer? Speer plus 3. Hm. So, das ist für Immun. Hä? Hä? Warum passt das bitte nicht in den... Ach, das sind Schlüsselgegenstände, ich Depp. Ja gut. Ich warte aber gerne. Los, spuck es aus. Geht klar. Geh wieder vor. Fein entschärfen. Hm. Ich warte. Das war nicht so schön. Ja. Ja, schon unterwegs. Zeigt nur, euer Wunsch ist mein Befehl. Das Bild ist heute auf unserer Seite. Gehtal. Meine Waffe ist völlig verwendungslos. So, Rook ist in Ratshassa und der wird auch sterben. Oh. Machen wir mal wieder ein Heilerfest.